In ihrem Buch Die Fünf Säulen der emotionalen Intelligenz zeigt die Autorin Katrin Neumann auf wie wichtig es ist, unsere Emotionen zu verstehen und zu kontrollieren, um ein erfülltes Leben, harmonische Beziehungen und beruflichen Erfolg zu erreichen. Dabei stellt sie fünf Säulen vor, die uns helfen, unsere emotionale Intelligenz zu stärken, Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, Motivation, Empathie und soziale Fähigkeiten. Mit vielen praktischen Übungen und Beispielen aus dem Alltag zeigt Neumann, wie wir diese Säulen in unserem Leben umsetzen können und dadurch ein glücklicheres und erfüllteres Leben führen können. Kapitel 1 Einleitung In unserer heutigen Gesellschaft wird oft der Fokus auf die kognitive Intelligenz gelegt, dabei ist die emotionale Intelligenz mindestens genauso wichtig. Sie umfasst die Fähigkeit, eigene Emotionen zu erkennen und zu regulieren sowie die Emotionen anderer Menschen zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Die emotionale Intelligenz ist somit ein wichtiger Schlüssel zu einem erfüllten Leben, harmonischen Beziehungen und beruflichem Erfolg. Es lohnt sich also diese Fähigkeit zu trainieren und zu verbessern. Kapitel 2 Was ist emotionale Intelligenz? Emotionale Intelligenz ist eine Fähigkeit, die uns hilft, unsere eigenen Emotionen und die anderen Menschen zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Es geht darum, unsere Gefühle zu regulieren und empathisch zu sein, um bessere zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Emotionale Intelligenz ist ein wichtiger Faktor für beruflichen Erfolg und persönliches Wohlbefinden. Es ermöglicht uns Konflikte zu lösen, effektiv zu kommunizieren und unsere Ziele zu erreichen. Durch die Entwicklung unserer emotionalen Intelligenz können wir uns selbst besser kennenlernen und unsere Beziehungen zu anderen verbessern. Kapitel 3 Die erste Säule – Selbstwahrnehmung Die Selbstwahrnehmung ist die erste Säule der emotionalen Intelligenz und bildet die Grundlage für ein erfülltes Leben, harmonische Beziehungen und beruflichen Erfolg. Es geht darum, sich selbstbewusst zu sein, seine eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und zu akzeptieren. Nur wer sich selbst gut kennt, kann auch seine Emotionen und Handlungen besser kontrollieren und steuern. Eine gute Selbstwahrnehmung hilft dabei Entscheidungen zu treffen, die zu einem passen und die eigene Persönlichkeit unterstützen. Es ist wichtig sich Zeit für sich selbst zu nehmen und sich mit seinen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen, um eine gesunde Selbstwahrnehmung zu entwickeln. Kapitel 4 Die zweite Säule – Selbstregulierung In unserer heutigen Gesellschaft ist es von großer Bedeutung, dass wir uns selbst regulieren können. Die Fähigkeit, unsere Emotionen zu kontrollieren und uns selbst zu beruhigen, wenn wir uns gestresst oder überfordert fühlen, ist eine wichtige Kompetenz, die uns in vielen Bereichen des Lebens helfen kann. Selbstregulierung ist eine der fünf Säulen der emotionalen Intelligenz und kann uns dabei helfen, ein erfülltes Leben zu führen, harmonische Beziehungen aufzubauen und beruflichen Erfolg zu erlangen. Um unsere Selbstregulierung zu verbessern, müssen wir uns zunächst bewusst sein, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Wir sollten uns fragen, welche Emotionen wir empfinden und wie wir darauf reagieren. Wenn wir uns bewusst sind, können wir lernen, unsere Emotionen zu kontrollieren und uns selbst zu beruhigen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist durch Atemübungen oder Meditation. Diese Techniken können uns helfen, uns zu beruhigen und unsere Emotionen zu regulieren. Eine weitere Möglichkeit, unsere Selbstregulierung zu verbessern, ist durch die Verwendung von positiven Selbstgesprächen. Wenn wir uns selbst ermutigen und positive Gedanken haben, können wir uns selbst motivieren und unsere Emotionen besser kontrollieren. Wir sollten uns selbst sagen, dass wir in der Lage sind, schwierige Situationen zu bewältigen und dass wir uns selbst vertrauen können. Insgesamt ist die Selbstregulierung eine wichtige Fähigkeit, die uns helfen kann, ein erfülltes Leben zu führen, harmonische Beziehungen aufzubauen und beruflichen Erfolg zu erlangen. Indem wir uns bewusst sind, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren und indem wir Techniken wie Atemübungen und positive Selbstgespräche verwenden, können wir unsere Selbstregulierung verbessern und ein glücklicheres und erfolgreicheres Leben führen. Kapitel 5 Die dritte Säule – Motivation Motivation ist der Schlüssel zum Erfolg. Ohne Motivation ist es schwer, Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein. Es ist wichtig, sich selbst zu motivieren und auch andere zu motivieren. Eine Möglichkeit, sich selbst zu motivieren, ist es, sich klare Ziele zu setzen und sich immer wieder daran zu erinnern, warum man diese Ziele erreichen möchte. Auch Belohnungen können helfen, die Motivation aufrecht zu erhalten. Wenn man andere motivieren möchte, ist es wichtig, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen und darauf einzugehen. Lob und Anerkennung können ebenfalls motivierend wirken. Insgesamt ist Motivation eine wichtige Säule der emotionalen Intelligenz und kann zu einem erfüllten Leben harmonischen Beziehungen und beruflichem Erfolg beitragen. Kapitel 6 Die vierte Säule – Empathie Empathie ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir als Menschen haben können. Es geht darum, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen und ihre Gefühle und Bedürfnisse zu verstehen. Wenn wir empathisch sind, können wir besser auf die Bedürfnisse anderer eingehen und Beziehungen aufbauen, die auf Vertrauen und Verständnis basieren. Es gibt viele Möglichkeiten, Empathie zu entwickeln. Eine Möglichkeit ist, sich bewusst Zeit zu nehmen, um anderen zuzuhören und ihre Perspektive zu verstehen. Wir können auch versuchen, uns in ihre Lage zu versetzen und uns vorzustellen, wie wir uns fühlen würden, wenn wir in ihrer Situation wären. Empathie ist auch wichtig, um Konflikte zu lösen und Missverständnisse zu vermeiden. Wenn wir uns in die Lage anderer versetzen können, können wir besser verstehen, warum sie bestimmte Dinge tun oder sagen. Wir können auch besser auf ihre Bedürfnisse eingehen und gemeinsam Lösungen finden, die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Insgesamt ist Empathie eine wichtige Säule der emotionalen Intelligenz. Wenn wir empathisch sind, können wir bessere Beziehungen aufbauen, Konflikte lösen und ein erfüllteres Leben führen. Kapitel 7 Die fünfte Säule – Soziale Kompetenz Soziale Kompetenz ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man im Leben haben kann. Es geht darum, wie man mit anderen Menschen umgeht und wie man in sozialen Situationen agiert. Eine Person mit hoher sozialer Kompetenz ist in der Lage, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, Konflikte zu lösen und effektiv zu kommunizieren. Eine wichtige Komponente der sozialen Kompetenz ist Empathie. Empathie bedeutet, dass man in der Lage ist, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen und ihre Perspektive zu verstehen. Wenn man empathisch ist, kann man besser auf die Bedürfnisse anderer eingehen und Beziehungen aufbauen, die auf Vertrauen und Respekt basieren. Eine weitere wichtige Fähigkeit im Bereich der sozialen Kompetenz ist die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. In der heutigen Arbeitswelt ist Teamarbeit unerlässlich und eine Person mit hoher sozialer Kompetenz ist in der Lage, effektiv mit anderen zusammenzuarbeiten und gemeinsam Ziele zu erreichen. Schließlich ist auch die Fähigkeit zur Konfliktlösung ein wichtiger Bestandteil der sozialen Kompetenz. Konflikte sind unvermeidlich, aber eine Person mit hoher sozialer Kompetenz ist in der Lage, Konflikte auf eine konstruktive Art und Weise zu lösen, die für alle Beteiligten akzeptabel ist. Insgesamt ist die soziale Kompetenz eine wichtige Fähigkeit, die im Leben und im Beruf von unschätzbarem Wert ist. Wenn man in der Lage ist, effektiv mit anderen zu kommunizieren, Beziehungen aufzubauen und Konflikte zu lösen, kann man ein erfülltes Leben führen und beruflichen Erfolg haben. Kapitel 8 Wie man emotionale Intelligenz trainieren kann Emotionale Intelligenz ist eine wichtige Fähigkeit, die uns hilft, in verschiedenen Situationen angemessen zu reagieren und unsere Beziehungen zu anderen zu verbessern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seine emotionale Intelligenz trainieren kann. Eine Möglichkeit ist, sich bewusst zu werden, wie man auf bestimmte Situationen reagiert und welche Emotionen dabei eine Rolle spielen. Man kann dann versuchen, diese Emotionen zu regulieren und alternative Reaktionsmöglichkeiten zu finden. Eine weitere Möglichkeit ist, Empathie zu entwickeln und sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Man kann versuchen, ihre Perspektive zu verstehen und ihre Gefühle nachzuvollziehen. Auch Achtsamkeitsübungen können helfen, die eigene emotionale Intelligenz zu stärken. Indem man sich auf den gegenwärtigen Moment konzentriert und seine Gedanken und Gefühle beobachtet, kann man lernen, sie besser zu regulieren und in Einklang mit seinen Zielen und Werten zu bringen. Durch regelmäßiges Training kann man seine emotionale Intelligenz verbessern und dadurch ein erfüllteres Leben, harmonischere Beziehungen und beruflichen Erfolg erreichen. Kapitel 9 Die Bedeutung emotionaler Intelligenz im Beruf In der heutigen Arbeitswelt ist es nicht nur wichtig, über fachliche Kompetenzen zu verfügen, sondern auch über emotionale Intelligenz. Diese Fähigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, Emotionen bei sich selbst und anderen zu erkennen, zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Im Beruf kann dies dazu beitragen, dass man besser mit Kollegen und Kunden kommunizieren kann, Konflikte besser lösen kann und insgesamt erfolgreicher ist. Eine hohe emotionale Intelligenz kann auch dazu beitragen, dass man besser mit Stress umgehen kann und somit produktiver ist. Es lohnt sich also diese Fähigkeit zu entwickeln und zu verbessern, um im Beruf erfolgreich zu sein. Kapitel 10 Die Bedeutung emotionaler Intelligenz in Beziehungen In Beziehungen spielt die emotionale Intelligenz eine entscheidende Rolle. Es geht darum, die eigenen Emotionen zu verstehen und zu regulieren, aber auch die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren. Nur so kann eine Beziehung auf Augenhöhe funktionieren und Konflikte vermieden werden. Eine hohe emotionale Intelligenz ermöglicht es, empathisch zu sein und Verständnis für den Partner zu zeigen. Gleichzeitig hilft sie dabei, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren und durchzusetzen. Insgesamt trägt die emotionale Intelligenz maßgeblich dazu, bei einer erfüllten und harmonischen Beziehung zu führen. Kapitel 11 Fazit und Ausblick Nachdem ich mich intensiv mit dem Thema der emotionalen Intelligenz auseinandergesetzt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sie eine der wichtigsten Fähigkeiten für ein erfülltes Leben, harmonische Beziehungen und beruflichen Erfolg ist. Es geht darum, sich selbst und andere besser zu verstehen, empathisch zu sein und angemessen auf Emotionen zu reagieren. Dabei ist es wichtig, dass man sich selbst reflektiert und an seinen Schwächen arbeitet, um seine emotionale Intelligenz zu verbessern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Fähigkeit, Konflikte zu lösen und eine positive Kommunikation aufrecht zu erhalten. Insgesamt ist die emotionale Intelligenz ein Schlüssel zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben. Das Buch Die Fünf Säulen der emotionalen Intelligenz von Katrin Neumann ist ein hilfreicher Ratgeber für alle, die ihre emotionale Intelligenz verbessern möchten. Die Autorin erklärt anschaulich und praxisnah, wie man seine Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, Motivation, Empathie und soziale Fähigkeiten stärken kann. Dabei gibt sie viele konkrete Tipps und Übungen, die leicht umzusetzen sind. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die Autorin nicht nur auf den persönlichen Nutzen, sondern auch auf die Bedeutung emotionaler Intelligenz für Beziehungen und beruflichen Erfolg eingeht. Insgesamt ein empfehlenswertes Buch für alle, die ihr Leben erfüllter und erfolgreicher gestalten möchten. Den Link zum Buch findest du in der Beschreibung. Dort findest du auch unseren kostenlosen monatlichen Newsletter. Abonniere den Kanal für weitere interessante Sachbücher. Mit deinem Abo hilfst du unserem Kanal. Vielen Dank dir!